Du hirsch Hoffnungsbeutschaffst mit Walter Niefeld. Die Bibel redet von den Früchten vom Geist. Das sind Glaube, Leib, Hoopning, Geduld, Leiv-Tolich-Sanne. Das wird den Nächsten, das Baste jene. Früchte vom Geist Gottes. Und manchmal sind wir froh, aber ohne Frucht. Es scheint ein Leib in uns zuhört. Wir sind da ohne Leib. Wir sind da, Bramsch, Jeneitsch, Focken, an der Familie, mit uns Liedel, wie zu Hort mit einem Amgen. Und dann nicht leif-Tolich. Und Gott schämt jeden Tag und sägt eine Frucht und fängt den nicht. Und irgendwann, irgendwann, hat das Folie. So, was für eine Frucht wird Gott von dir in deinem Leben und in meinem Leben finden? Wird er dort finden, was er sieht? Oder das schmecken bläder, die die Menschen seien? Herr Jesus, verzeih uns, dass wir im Leben viel für uns geduene haben, dass wir bloß bläder sind, aber dass wir so wenig von der Frucht von deinem Geist haben. Und wir bede die, dass du uns fällst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns die Schnee scheinst, dass die Frucht vom Geist in unserem Leben jeden Tag warst du. Das bete ich dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Und zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde, all Mundo de Oe. Töp, mocht wie den Namen Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info.jesusresponde.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017